Herzlich Willkommen zu die 10 Gruseligsten Würdest du den Knopf drücken fragen? Heute erneut ein etwas anderes Video in welchem ihr wieder mitmachen könnt. Vielleicht kennen manche von euch noch die Knopf drücken Videos, die es früher mal ab und zu gab. Dort bekam man eine Frage gestellt, die recht simpel war. Würdest du den Knopf drücken? Dafür bekam man im Gegenzug etwas Gutes, aber als Gegenleistung für das Gute, wie der Pferd einem etwas nicht so Gutes. Oder wie in diesem Video, es widerfährt einem etwas Grausames und wahrhaft Gruseliges. Ich stelle euch gleich die 10 Gruseligsten Würdest du den Knopf drücken fragen vor, in denen euch zwar was Gutes widerfährt, ihr als Gegenleistung aber etwas Grausames erlebt. Und ihr könnt auf den Link in der Beschreibung klicken und abstimmen, ob ihr den Knopf drücken würdet oder eben nicht. Also viel Spaß beim Zuhören und vor allem beim Abstimmen. Du könntest nachts die schönsten Träume haben, die du alle selbst entscheiden kannst. Das heißt, du könntest entscheiden, von was du träumst, von wem du träumst oder was du selbst in diesem Traum machst. Aber auch wenn deine Träume wunderschön sind, sobald du nachts aufwachst, ist es so, als wärst du inmitten eines Albtraums gefangen, da du umgeben wärst von seltsamen Monstern und gruseligen Geräuschen. Zwar können diese Kreaturen dich nicht verletzen, aber sobald du in der Nacht aufwachst und deine Augen öffnest, ist es so, als wäre es der schlimmste Traum, den du je gehabt hättest. Würdest du den Knopf drücken? Würdest du den Knopf drücken, wenn du dafür die Gedanken anderer lesen könntest, aber bei jedem Mal, wenn du es tust, selbst ein Stück deines Verstandes verlieren wirst und nach einigen Malen, in denen du die Gedanken anderer gelesen hast, irgendwann nicht mehr selbst denken können? Würdest du den Knopf drücken, wenn du dafür mit Geistern der Verstorbenen dich unterhalten könntest, aber sobald du mit einem bösen Geist Kontakt hast, wird dieser dich bis zum Tod verfolgen. Das bedeutet, wenn ein Geist dir vormacht, er wäre ein verstorbener Verwandter von dir und in echt nur Böses vorhat, wird dieser dich, sobald du ein Wort mit ihm wechselst, bis zu deinem Tod quälen und verfolgen. Würdest du das machen? Würdest du den Knopf drücken, wenn du dafür sehen könntest, wie andere Leute einmal sterben werden? Du könntest entscheiden, ob du sehen willst, wie diese Menschen sterben, auf welche Art und Weise und wann. Aber selbst würdest du nach jedem Tod, den du siehst, eine Woche früher sterben. Würdest du den Knopf drücken, wenn du dafür in die Träume anderer reisen könntest, aber selber, wenn du schlafen müsstest, die grauenhaftesten Albträume hättest, die es überhaupt gibt? Das heißt, du könntest zwar jegliche Träume mit deiner Freunde und Verwandten sehen, aber sobald du selber einmal anfangen würdest zu träumen, sprich in deinen eigenen Traum gehst, wären es so schlimme Albträume, dass du panische Angst hast, wenn du aufwachst. Würdest du den Knopf drücken, wenn du das Leben deiner beiden Eltern um 10 Jahre verlängern könntest, aber dafür dein eigenes Leben um 20 Jahre verkürzt? Würdest du den Knopf drücken, wenn du mehr Geld dadurch besitzen könntest, als du jemals im Leben ausgeben kannst, aber dafür ein grausamer Dämon anfängt, dich zu jagen und alles versuchen wird, dich umzubringen? Dein Geld, welches du kriegst, wird dich nicht schützen. Du musst nur hoffen, dass dieser Dämon dich nicht finden wird. Würdest du den Knopf drücken, wenn du dafür unendlich unter Wasser die Luft anhalten könntest, aber sobald du das Wasser betrittst, ein fischmenschenähnliches Wesen aus den Tiefen eines Gewässers versucht, dich zu erwischen und umzubringen? Das bedeutet, du könntest zwar im Wasser so viel die Luft anhalten, wie du möchtest, aber sobald du einen See, einen Fluss oder das Meer betrittst, wird eine Kreatur es merken und sich auf den Weg zu dir machen, um dich umzubringen. Würdest du den Knopf drücken, wenn du dafür die Nummern von jedem Menschen und Prominenten hättest, den du überhaupt möchtest, aber jede Nacht würde eine seltsame Nummer dich anrufen und dein Mann am anderen Ende des Telefons würde dir sagen, wobei er dich heute alles beobachtet hat. Dieser Mann würde jeden Tag bei dir sein und dich stets beobachten. Würdest du dafür den Knopf drücken? Kommen wir nun noch zur letzten Frage dieser Liste. Würdest du den Knopf drücken, wenn du dein eigenes Leben dafür um zehn Jahre verlängern könntest, aber dafür am Ende deines Lebens auf die grausamste, nur vorstellbarste Art und Weise sterben würdest? Das bedeutet, dass du zwar zehn Jahre länger lebst, aber wenn diese zehn Jahre einem abgelaufen sind, wirst du auf eine grausame und qualvolle Art und Weise sterben. Würdest du dafür den Knopf drücken? Das war dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr wart schon beim Abstimmen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss!